Schon wieder ein Lebensmittelrückruf. Diesmal ein unangenehmer Gruß aus meiner alten Heimat aus Möttingen. Die Firma Zott ruft den Sarniokurt Panna Cotta 150 Gramm in den Sorten Pfirsich und Heidelbeere zurück. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Videoaktivist und Volljurist und dies ist mein Videokanal. Die Nachrichten über Lebensmittelrückrufe kommen nicht aus den Schlagzeilen. Jeden Tag gibt es eine neue Meldung, insbesondere Plastik in Fleisch, Hackfleisch, Brötchen etc. scheint ja beinahe schon zum Grundnahrungsmittel zu gehören. Dabei stechen dann immer wieder andere Rückrufe heraus, wie jetzt die der Firma Zott aus Möttingen. Dort wird der Sarniokurt Panna Cotta 150 Gramm in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Heidelbeere zurückgerufen. Es besteht der Verdacht, dass in diesen Schimmelkeime vorhanden sind und die Joghurts damit verdorben sind. Weiterhin geht es um die Sorten Erdbeer und Mango. Die Kennungen sind 31.10.2019f und 29.10.19f und 1.11.19f. Vorsorglich werden außerdem eben die Sarniokurte der Marken Pfirsich Maracuja mit Kennung 29.10.19f und 1.11.19f zurückgerufen. Die Kennung kann man im Bereich des Joghurtdeckels finden. Diejenigen, die den Preis erstattet erhalten wollen, weil die Kennung eben zutrifft, können einfach an die Firma Zott in Möttingen den Joghurtdeckel zurücksetzen. Für mich nach wie vor das gleiche Thema wie immer. Wir müssen aufpassen, was wir zu uns nehmen. Im Moment ist es wirklich ein Skandal nach dem anderen. Man fragt sich, was machen denn die Gesundheitsämter da? Kleine Bars, Kneipen, Bistros werden bis zum Exzess schikaniert mit neuen Hygienemaßnahmen etc. Und bei den Großen gibt es anscheinend eine Katastrophe nach der anderen und keiner sieht was. Insbesondere Wilke gibt es bis heute keine vernünftige Erklärung, warum es so lange gedauert hat, bevor die Öffentlichkeit gewarnt wird. Was ich nach wie vor auch nicht verstehe, dass es nicht eine zentrale Rückrufstelle im Internet zumindest geben kann, wo jeder schnell und einfach über wenige Aspekte prüfen kann, ob sein Joghurt betroffen ist, ob seine Wurst betroffen ist, ob sein Fleisch betroffen ist. Am liebsten wäre mir irgendeine Handy-App, die man über den QR-Code dann entsprechend auslesen kann, ob hier ein Rückruf besteht. Denn inzwischen hat man ja wirklich ein Problem, außer das, was man frisch gekauft hat, dass man eben die entsprechenden Waren verwertet. Für mich eine besorgniserregende Entwicklung, vor allem weil die Auflagen hierzulande ja so gigantisch hoch sein sollen. Warum sieht man dann aber nichts? Eure Meinung ist gefragt. Ist unsere Lebensmittelsicherheit gewährleistet? Was kann man ändern? Was kann man verbessern? Kommentiert mit mir unten in den Kommentaren und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um über alle neuen Videos informiert zu werden und natürlich dieses Video zu liken und zu teilen. Für Aktivinews, euer Michael Langhans. Für Aktivinews, wir müssen uns überlegen. Für Aktivinewinews, wir müssen uns überlegen. Für Aktivinewinews, wir müssen uns überlegen. Vielen Dank.